hey leute willkommen zurück zu max plays divine divinity das letzte mal hatten wir hier kurz vor diesem lager geendet ich habe mich jetzt aber kurz umentschieden noch nicht in das lager rein zu gehen sondern erstmal hier noch kurz genau hier noch ein bisschen wir müssen leise machen das mikro mit deswegen möchte ich immer nicht an mir vorbei geht nämlich überall in dem dorf kämpfe box in den häusern und so weiter dass das soweit auch geklärt haben und dann geht es in dieses lager dass wir mit festgestellt in diesem einen haus gab es da jetzt noch was muss man noch rein und genau dann je nachdem wie viel zeit heute noch ist will ich mich dann noch mal mit dem pest aufgrund beschäftigen und das auch mal abschließen dass man nach und nach nach und nach diese quest zu abschließen können die sind alle verlassen logischerweise und hier ist diese falltür die müssen wir uns mal merken genau minenschacht zum ocklager gibt nämlich ein typ was verraten wir mit dem geld gegeben haben jetzt haben wir ja noch gerade rechtzeitig noch ein erwischt das heißt hier oben sind wir noch nicht reingekommen und das wahrscheinlich dass das irgendwas geben würde also vielleicht ein bett zum schlafen was an sich auch schon gut sein kann zum general ich komme auch zum general die aufgabe abholen wäre vielleicht auch nicht verkehrt wenn wir einmal hier sind dass man das dann ordentlich machen rot gemüse wie noch vielleicht ja betten nichts sonst hier dass man die orks da halt nichts und hier gibt es noch ein paar pfannen nehmen wir alles mit gewohnter weise lagert drauf kochrezepte welche vierten teile was war ja ok gut gut also noch mal soldaten ohne irgendwelchen zeug irgendwelchen loot und man mit guck 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 bei dem soll man uns halt melden und ist interessant dass er manchmal raus geht zu den truppen wird uns ermöglichen wird uns ermöglichen eventuell hier seine truhe zu gucken hat man mittags grüße was geschehen haben die orks begonnen general alex drücken auf siegelte botschaft zu bringen hat man ab dank der der damen gefühlt wird ich bin keine fuße dann ich bin freischaft mit selten abonnenten wird die aufgabe dann werde ich sehen die orks können ihre belagerung nur dann wenn sie regelmäßig nachschub versorgt sind nachschubkarawane wo finde ich die verstehe können mich nicht verlassen abmann hier ist ein explosivstoff viel glück ist nicht für lange unbezahlt daran aber sei es darum die beste das beste ist ihr schaut im zeltlager um nehmt euch einfach was ihr wollt das zeltlager dass der schickt uns halt das zeltlagerversorgungsschützung vernichten wir haben jetzt halt leider so ein sprengstoff was 50 wiegt immer mit aber ich denke ist okay wir tragen schon ganz andere sachen mit ist die frage wo vorher noch mal sachen verkaufen ich denke dass wir sinnvoll Brot und Fleisch und so einfach nur dass wir Taschen leer haben so du hast doch Geld ne das hat bloß nicht angezeigt Katzenstatue brauchen wir eigentlich auch nicht dann auch genug geringe Resistenz Blitzresistenz Giftresistenz beides gut das waren die Sachen ja das war es eigentlich schon das wir abgeben können ja immerhin das sprungte uns ja nur an die Aufgabe da noch bald zu erledigen und die Heilung hier wiegt auch was so ist es nicht dann holen wir uns mal Ausrüstung sieh an die gezeichnete ihr belästigt uns schon viel zu lange wollen doch mal sehen ob ihr euch hier herausfinden könnt jetzt soll unser Feind mal die Macht der wahren Gedanken Kontrolle spüren na los Tricks Flicks angst bereit oh mein Kopf oh mein Kopf Tötet die Zivilistin Tötet sie Tötet sie Tötet sie jawohl Meister jawohl Meister Oh, oh, oh. Das Gewetter haben sie wirklich fast verleden, stimmt eigentlich. Der gezielte Schuss klappt ja wahrscheinlich nicht, deswegen auf jeden Fall, dass unsere Beschwörungen jetzt noch eine Stufe besser sind. Ein bisschen stärker wollten wir skillen. Na also hier geht es darum, Soldaten, brainwashed Soldaten kaputt zu machen. Sehr gut. Okay, das eine hat es irgendwie nie wieder genommen bei mir. Das ist ein Moment. Geh auf meine Skelette und nicht auf mich. Wow der hat krass gefressen. Tja viel ausrüsten kann man hier nicht nehmen ne. Also ich lege sowieso nicht viel rum. Na komm. Auch gut zum leveln auf jeden fall. So der dunkle circle hat sich hier halt nochmal geprägt was er kann. Wundert sich schon warum er das nicht generell macht. Um keine ahnung die wälterschaft an sich zu reißen. Auch nicht die ganze armee einfach selbst töten lässt oder so. Oh. 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 Okay. Sehr gut. Oh. eine wasserflasche ist noch viel wert vielleicht auch bomben das sei lassen wir liegen mindestens ein halbes level gebracht mindestens manche bewegende feinde anzukriegen das ist ziemlich schwer sperr, stachel, keule gerne noch bogenschützen hier ich nur der hat gar nichts gesagt der hat es einfach hingenommen oh da sind nochmal viele, meine güte wir müssen uns danach auf jeden fall erstmal ausruhen wir haben jetzt auch die spruchschriftrolle der menschen das heißt wir könnten an der kaserne und aber auch im äh im farmland teleport aktivieren das ist ein bisschen aufpassen ich glaube weil die äh sterben alle wenn wir jetzt das verlassen ja sehr schön wenn wir vorher noch möglichst viel erfahrung und organisieren genau genau gut das waren alle nicht alle okay die sind auch noch gegen mich da hat gegen den soldat das waren die letzten daraus anscheinend wow ähm ich guck mal kurz hier ob hier jemand hochgelaufen ist ne aber wir haben da einen teleporter den werden wir aktivieren und werden wir wahrscheinlich einfach ist der teleporter und zum armviertel das werden wir jetzt einfach laufen sieht es aus ja bald müssen wir wahrscheinlich ähm dann auch wieder handeln und sowas mal hier noch ein bisschen erkunden die letzten pizze ja farmland machen wir jetzt noch und gehen dabei wie gesagt zum armviertel können diese kleine ecke mal erkunden ich höre dann ein bildschwein ich muss erst etwas ablegen gut machen wir erstmal das ist jetzt irgendwas zu identifizieren auch alles mehr basic zeug 45 stärke ist alles basic ja sagt mir doch mal was du hast ja geil menschen schriftrolle ist super wie gesagt super wichtig für die kaserne und so weiter das farmland und für andere sachen dann vielleicht auch ich weiß nicht genau wofür noch so wie viel geld du hast für alles was wir so haben genug ja ok das war's kann nur unsere jetzige gürtel naja bisschen gefahren hätte blitzresistenz ja der wäre ich schon gut weil er auch wie viel bezahlungsstufe 5 hatte der auch noch ne ja das glaube das ist unser endgame gürtel ich glaube nicht dass es viel besser wird als das also ich lass mich gerne ins besseren belehren aber das ist ein ziemlich krasses setz ich muss mich ausruhen ehe ich einen weiteren zauberspruch anwenden kann war das der dude den werden jetzt nicht umgehen bin ich pleite ich hab dir einfach schon geld gegeben so das kleine karree hier auch noch erkundet sehr gut also ich sag mal jetzt in den in den wessen das jetzt die 13 folge glaube ich schon echt viel geschafft sich einfach mal kurz die weltkarte anguckt also da ist schon einiges frei das sind mehr so die randgebiete noch von denen ich weiß dass ich jetzt noch zu schwach bin oder die später machen will was man noch machen könnte wäre dann irgendwann der bereich hier also ich muss jetzt im abendviertel runter da kann ich auch hier lang gehen vielleicht ist gar nicht so schlecht den bereich hier unten zu machen hier gibt es noch einen friedhof da möchte ich jetzt nicht hin aber das ganze gebiet rundherum zu trollen und so also wenn man einfach mal hier zur seite geht und endet das gebiet ja ja lass uns das dann vielleicht noch machen wir können jetzt erstmal noch gleich zum abendviertel gehen da vielleicht auch noch mal in irgendeinem bett schlafen irgendwie sinnvoll wie gesagt farmland der teleporter ist direkt neben einem kommen sachen die man zu einem bett umbauen kann einfach mal gold in der fasst ok so wie gesagt mit den dinge gibt es eine gewisse lösung möchte ich vorher speichern dann nimmt es gegen mitte kleines casino zu besitzen und jetzt haben wir noch einen heilung der besitzer existiert nicht mehr hier nimmt das würde ich helfen das ist so ein bisschen dir man kann auch wenn man taschendiebstahl den das getränk wegnehmen aber dann sterben die auch bloß an der seuche dann wenn die das nicht nehmen ja und er hat sogar die textoptionen gehabt von wegen ich habe leider schon anderen das gegeben aber eigentlich kann ich jetzt hier schlafen hier gibt es kein besitzer mehr die sind alle andere solche erkrankt ich kann kurz zum teleporter gehen dann schlafen und dann das hier erkunden ich denke das wäre ein sinnvoller weg ich habe so einen trommeltypen wenig lust muss ja gemacht werden und will ja alles erkunden da ist der komme ich hier irgendwie von unten auch rein ja wie praktisch hier da ist er und er hat den vorteil dass wir jetzt hier immer ein bett haben direkt an dem teleporter da ist schon ziemlich nice jetzt müssen wir trotzdem nochmal speichern eben wegen diesem traumlob haben wir uns geschafft eins zu zerlegen aber es klappt aber noch einer hier war einer in dem wald in dem wir jetzt sind hier ist noch einer jetzt wo wir jetzt hingehen okay eine wache hier mit dem nix okay eine wache hier mit dem nix jesus christus herrschfänger und fleischer wir haben ihn hat jetzt das problem unser helm diesmal aber ganz schön was auf den kopf bekommen anscheinend was ähm aber geschafft ist geschafft oh wir sind entdeckt schützt das geheimnis unseres verstecks bringt den eindringen zum schweigen und ich habe nicht gespeichert vorher schlecht und den chef sind wir auch nicht ohne der ist wenigstens langsam und heilt sich nicht und den wenn ich ich sehr gut der legt wirklich fallen auch das sind die alles gibt früchte, weinflasche, goldmünzen, bierflasche, fleisch jede menge gold fisch rockzelt ich muss erst etwas ablegen ernsthaft ich muss erst etwas ablegen ich muss erst etwas ablegen ich muss erst etwas ablegen gut, das macht er automatisch, immerhin ich muss erst etwas ablegen joha über drei, ne? heilige Mutter das ist auch ein ganz krasser Hammer wie viel Geld hast du eigentlich? ich sehe es gar nicht 29.000, gut das sollte reichen gifttrank, ausdauertrank, bierflasche weinflasche, dicker Hammer okay noch einen anderen Kram her vom Armenviertel Käse, Fleisch ich glaube, das ist es jetzt knapp 8.000 umgesetzt ich habe noch 800 noch was Sachen mit und das eigentlich wiegt denn hier so viel die Flaschen irgendwann, ne? die großen leeren Flaschen könnte ich eigentlich auch verkaufen dachte erst, die brauche ich irgendwann, aber die brauchen wir gar nicht so, wer hat die denn da gelassen? so, macht's gut noch mal ein bisschen mehr gewichtlos geworden aber schon allein dahingehend ist ja gut auch ein bisschen stärker zu skillen mehr tragen kann so so ohne hier das Gebiet zu erkunden egal, wie genau das am Rand ist kriege jetzt immer fast ein bisschen überqualifiziert mittlerweile aber schon okay mal gut so die angebiete noch abzukrasen wolf warum wölfe ähm ist das so ein Gebiet, wo man nicht hinkommt aber fast ja okay dann ist das Gebiet hier auch geklärt und dann könnten wir uns überlegen entweder naja, ist wie Winterfeuer auch mein Herz ist zellen entflammt, okay? mein Liebespaar was ich habe auch eine Höhle, wo man die Steine zur Seite räumen muss, dass man die findet ich habe die ist nicht hier ich habe die ist nicht hier ich habe die ist nicht hier also Misttauchen einfach mal drei Meter vom Dorf weg so ja und gehen wir als nächstes wir könnten überlegen hier noch was zu machen, aber dieser Trommler in der Falle, der ist noch härter als die Trommler, die wir jetzt hatten alternativ, wie gesagt, könnten wir zur Waldläufer Gülde gehen ich denke, das wäre sinnvoll wie gesagt, um diesen Friedhof, der ist, würde ich noch ein bisschen einen kleinen Bogen machen abgesehen davon ja, das ist, denke ich, ein gutes Gebiet zum Erkunden noch nicht, dass ich denke, dass wir für den Friedhof-Geschichte zu schwach wären, aber andere Sachen, noch andere Gebiete können wir das dann noch mit den Orks machen also, wenn ich mir meinen Auftragsbuch so angucke Versorgungsschützpunkt zunichten ist klar Audienz, das wollen wir nicht Mordzeugen und Herzengesuchung Gerrits Trank für den Scheindl, weiß ich, wo es das gibt die Frauen von Tinghef könnte man machen Zalando, weiß ich nicht Kampfhörter, das schaffen wir nicht fehlende Lieferung könnten wir machen den vermissten die Jungen möchte ich noch nicht machen als Ehre, das ist dann alles Verdistis Fluch aufheben, das schaffen wir noch nicht Schriftrollen kann man noch nicht alle mit den Trollen sind wir auch noch nicht stark genug Stufe 16 dagegen Kommandeur, meine okay, eigentlich hatten wir doch mit den gesprochen naja, das wär mal noch was das war jetzt ein Overkill das ist noch eine Spinne Ah, so ein bisschen her Es gibt schon noch einiges, was man machen kann hm, der fasst alleine hin und dann sind wir ganz unten angekommen Was ist hier noch? Noch ein Voll Volle gibt's auch überall Nein, ich möchte nichts mit dem Dunkelwald Genau Was ist los kleiner? Was ist los kleiner? Böse Männer haben ins Haus angekommen haben meine Mutter und Vater geschlagen die wir Da gibt es eine Küchentüre Da gibt es eine Küchentüre Jetzt habe ich noch einen Weg Geht zum Haus? Okay Das ist natürlich direkt das nächste Quest das mit den Geißen befreien Ist aber auch ein richtiger Kupfer Und zwar jetzt die Höhle Das ist genau dasselbe wie in dieser Höhle Und dass er hier halt alleine ist Das ist das fiese an dem Da kann man nicht wegrennen Wie lange hält das denn? Wie lange hält das denn? Okay Ich habe vergessen das hier sogar ein Trollkönig gibt Da gibt es dann halt in diesem Dunkelwald Da müssen wir erst relativ spät hin Ähm, glaube ich Genau dort haben es ganz schön in sich Haben wir hier noch genügend zu erkunden Genau, hier gibt es dieses Dieses Gebirge Was wieder im Weg ist Dem kann man folgen Wenn wir dann hier auf den Bieten dann haben wir das eingekesselt Und Und das erledigt Hier hört man schon Orks oben Das ist was für später Relativ viel später Nicht dass wir jetzt schon stark genug dafür sind Obwohl Ja, jetzt unterschätzt das dann Ab einer gewissen Stelle Wie stark man noch ist Aber wie gesagt, Stufe 16 ist nochmal ein großer Sprung Mit den Skelettern Damit kann man dann auch wirklich sehr große Kämpfe eingehen Plötzlich Sehr schwierige, sehr große, sehr schwierige Kämpfe Also das mit dem Sobald wir Stufe 16 nennen würde ich das mit den Troll Äh, machen und dieses Gebiet Wo wir noch nicht erforscht haben Nahe von Alleroth Ähm, genau und jetzt Machen wir aber erstmal hier vielleicht Kriegen wir ja noch ein Level ab Ich werde ja ansonsten Dann sind wir ja schon Stufe 15 Also weit ist es dann nicht mehr Was wir auf jeden Fall schaffen können Jetzt den Versorgungsstückspunkt hochjagen Begegnen uns dann die viele erfahrene Orks Und die haben wir ja schon festgestellt Die kriegt man kaputt Wo ich noch nicht ganz sicher bin Ob wir das quasi zuerst machen Oder Das Gebiet Richtung Norden hier noch erkunden Hinter der verfluchten Abtei Freifleischen Wein gratis Leutnant Freitag, nächste Lieferung in 10 Tagen Ah, die machen Äh Die dürfen keinen Schnaps haben Die Soldaten wahrscheinlich Und die haben dort Äh, sich dem wieder setzt Okay, also das ist jetzt der Friedhof Den möchte ich wie gesagt nicht rein Das mache ich später Und ich weiß auch noch nicht Ob ich das mit dem Äh, Jungen jetzt schon schaffe Ob ich dafür stark genug bin Wird sich dann zeigen Jetzt wie gesagt dieser Friedhof Auf dem umringen wir Dass wir den einmal komplett rundherum erkundet haben Grabsteine, ein Seil Viktor Und hier nett Das ist ein Äh, Grabständer Und ich so, was treibt ihr hier? Nichts Was ist das? Illegal Vielleicht töten Auch von einer 10 Na gut Die Kommanden namens Zeltrion 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 Irgendwie kenne ich den Namen Ich glaube ich habe mich für einiger Zeit getötet Das hat gut Verdammt nochmal Das bedeutet unser Geschäft gelaufen ist Pech gehabt Jetzt haben wir auch das Level ab Ähm Irgendwann sind wir soweit Stärke noch ein bisschen hoch Guck mal, jetzt kommen wir Skelett auf Stufe 4 Das machen wir auch Bogen können wir auch noch nicht Aber Skelette auf Stufe 4 Snowbrainer Wie gesagt Stufe 5 dürfen wir dann noch nicht machen Das brauchen wir noch Ähm Wir können das jetzt noch machen Wobei Was erreicht uns alles Stufe 16? Ähm Wir sind noch Stufe 16 Ja da gibt es einmal Wie gesagt diese Skelettwand Wiederbeleben ist auch Stufe 16 Auch nicht schlecht Stufe Dings Das wäre auch Stufe 19 Dieser Schattenkrieger Auch Stufe 16 Ha Aber ja ich skill einfach das was wir können würde ich sagen Ähm Dann machen wir Stufe 16 die Skelettwand Und das wiederbeleben und so weiter Das machen wir dann nach und nach Wie wir es halt können Ähm Herrlich Stufe 18 Gut Seil brauchen wir nicht Aber hier gibt es jede Menge Schmuck Wenn sie den Leichen abgenommen haben Haben sogar noch ein Level abbekommen Richtig gut Ist aber geil dass man sagen können Wir haben den nekromanten äh den er für den er arbeitet Der ist jetzt tot Jungs Den habe ich schon einiger zeit gekillt Das war schon einige zeit her Dass man aller rot aufgeräumt haben Ja Ich weiß nicht ob ich Lust habe Heute mich mit den Elfen noch auseinander zu setzen Oder ob wir sagen Das wäre dann was für das nächste Mal Aber ja Ja das wäre super Das wäre super Dankeschön Dankeschön Das wäre der Der Friedhof Man sieht Ihr seht die Gegner Hier sind eigentlich genau unsere Dinge So ein paar Trolle Verwildetiere Ja Da müssen wir auch vier Skelette haben Ist zu Na komm Die würden ja noch so hinkriegen oder? Und um ein zu tun Und um ein zu tun Sehr schön Ach du kacke Oh man Warum mag ich alle vier Skelette wahrscheinlich Hier Und Geben Wahrscheinlichkeit dass er von denen abgelenkt wird Ist auf jeden Fall sehr hoch Dann Aufff Oh Aufff Ah 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 Keine Ausdauer entzogen Ah 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 Lederbanschen Okay, das war noch mal gut. Und ja, jetzt werden wir demnächst irgendwann mal einen Break machen, dass wir auch noch mal weitermachen können. Ich bin immer so schlecht darin, guten Abschluss zu finden. Ich will immer noch weiterspielen. Das zieht nämlich schon ganz schön hier, muss ich sagen. Ach, noch ein bisschen erkunden, ne? Ist noch nichts dabei. Hier ist die Waldsläufe-Gelde. Gut, ich würde sagen, gehen wir noch einmal in den Runden. Ah, you don't say. Machen wir das noch um die Waldsläufe-Gelde, klar. Das ist ganz gut, Vorsicht, Spinnen schreiben. Das nächste Mal nämlich da reingehen, mit den Leuten quatschen und dann den Rest erkunden. Das ist doch ein guter Abschluss, oder? Vielleicht kriegen wir da so die Spruchschriftrolle der Elfen. Ich weiß gar nicht, wie das war oder ob der erste eine Aufgabe erfüllt haben will. Äh, ja, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Gut, Freunde, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!